Er entschied sich schließlich für etwas komplett anderes, einen Goldreigen. Er löste sich in eine wirbelnde Wolke aus 24 Karatglitter auf und segelte vom Olymp herab. Er regnete durch den Luftschacht und füllte der Nahes Zelle mit warmem, schillerndem Licht, dass es ihr den Atem verschlug. »Fürchte dich nicht«, sagte eine Stimme aus dem Glitter. »Ich bin Zeus, Herr des Himmels. Mann, siehst du gut aus. Wollen wir nicht zusammen abhängen.« Danae hatte noch nie einen Freund gehabt und schon gar keinen göttlichen Freund, der sich in Glitter verwandelte. Schon kurz darauf, so nach fünf, sechs Minuten, war sie total verliebt. Wochen vergingen. Danae war in ihrer Zelle so leise, dass ihre Wachen begannen, sich zu langweilen. Dann, eines Tages, etwa neun Monate nach dem Glittervorfall, schob eine Wache wie immer das Essenstablett unter der Tür durch, als er ein seltsames Geräusch hörte. Babygeschrei aus der Zelle. Er rannte zu König Akrisius, denn das war auf jeden Fall etwas, das der König wissen wollte. Als der König kam, schloss er die Tür auf, stürmte in die Zelle und fand Danae mit einem Neugeborenen in eine Decke gewickelten Baby im Arm vor. »Was?« Akrisius durchsuchte die Zelle. Es war niemand sonst dort. Niemand hätte eindringen können, denn der König hatte den einzigen Schlüssel. Und niemand hätte durch die Toilette gepasst. »Wie? Wer?« »Mein Herr«, sagte Danae mit zornigem Blick, »ich wurde vom Gott Zeus besucht. Dies ist unser Sohn. Ich gab ihm den Namen Perseus.« Akrisius musste aufpassen, dass er nicht seine eigene Zunge verschluckte. Das Wort Perseus bedeute Drächer oder Zerstörer, je nachdem, wie man es interpretierte. Der König wollte auf keinen Fall, dass das Kind aufwuchs und mit Iron Man oder dem Hulk abhing. Und so, wie ihn Danae ansah, war dem König ziemlich klar, wen sie gern zerstört sähe. Die schlimmsten Befürchtungen des Königs, was die Prophezeiung anging, waren wahr geworden. Was ziemlich dämlich war, denn wenn er nicht so ein Holzkopf gewesen wäre, der seine Tochter eingesperrt hat, wäre es nie passiert. Aber so funktionieren Prophezeiungen nun mal. Du versuchst, ihnen zu entgehen, und dabei setzt du erst die Ereignisse in Gang, die dann zu deinem Untergang führen. Akrisius wollte Danae umbringen und den kleinen Jungen auch. Das war das Sicherste. Aber da gab es ja dieses Tabu-Ding, von wegen seine eigene Familie töten. Ärgerliches Detail! Außerdem, wenn Danae die Wahrheit sagte, dass Perseus der Sohn von Zeus war, also den Herrn des Universums gegen sich aufzubringen, schmälerte vermutlich Akrisius' Lebenserwartung. Akrisius wollte einen anderen Ansatz probieren. Er befahl seinen Wachen, eine große Holzkiste mit einem Klappdeckel zu finden. Er ließ ein paar Luftlöcher hineinbohren, um zu zeigen, dass er ein wohlwollender Typ war. Dann pferchte er Danae und das Kleinkind dort hinein, vernagelte die Klappe und ließ die Kiste ins Meer werfen. So brachte er sie nicht direkt um, dachte er. Vielleicht kämen sie durch Hunger oder Durst um. Oder durch einen hilfreichen Sturm, der die Kiste zerschmetterte und sie ertrinken ließ. Was auch immer passieren mochte, es wäre nicht seine Schuld. Der König ging anschließend zurück in den Palast und schlief das erste Mal seit Jahren wieder gut. Es gibt doch nichts Besseres, als seine Tochter und Enkel zu einem langsamen, qualvollen Tod zu verdammen, um das Gemüt zu beruhigen. Sofern man ein Mistkerl ist wie Akrisius, versteht sich. Währenddessen in der Holzkiste betete Danae zu Zeus. Hi, äh, ich bin's, Danae. Ich will dich ja gar nicht stören, aber mein Dad hat mich rausgeworfen. Ich sitze jetzt in der Kiste, bin irgendwo auf dem Meer und, äh, Perseus ist bei mir. Also, ja, wenn du mich zurückrufen oder eine SMS schreiben könntest, wäre das super. Zeus tat mehr als das. Er sandte einen kühlen, sanften Regen, der durch die Luftlöcher tröpfelte und Danae und das Kind mit Trinkwasser versorgte. Er überzeugte seinen Bruder, den Meeresgott Poseidon, die See zu beruhigen und die Strömungen so zu beeinflussen, dass die Kiste eine ruhige Fahrt haben würde. Poseidon ließ sogar kleine Sardinen auf die Kiste springen und durch die Luftlöcher schlängeln, sodass Danae immer frisches Sushi hatte. Mein Dad ist manchmal schon ziemlich cool. Also, anstatt zu ertrinken oder durch Durst einzugehen, überlebten Danae und Perseus ohne Schwierigkeiten. Nach ein paar Tagen näherte sich die SS-Holzkiste dem Ufer einer Insel namens Seriphos, etwa 100 Meilen östlich von Argos. Danae und das Baby hätten immer noch sterben können, denn der Kistendeckel war fest zugenagelt. Glücklicherweise saß gerade ein Fischer namens Dictus am Strand und flickte seine Netze nach einem harten Tag der Fischerei. Dictus sah die große Holzkiste mit den Wellen auf- und abwippen und dachte, hm, das ist ja seltsam. Er nahm seine Netze und Haken und wartete ins Wasser. Er zog die Kiste an den Strand. Ich frag mich, was da drin ist, sagte er zu sich. Vielleicht Wein oder Oliven oder Gold. Hilfe, rief eine Frauenstimme aus der Box. Määääääää, weinte eine andere, dünne Stimme in der Box. Oder Leute, sagte Dictus. Es könnten auch Leute drin sein. Er nahm sein praktisches Fischermesser und hebelte vorsichtig den Kistendeckel auf. Darin saßen Danae und der kleine Perseus, beide schmutzig und müde und nach altem Sushi müffelnd, aber ganz klar am Leben. Dictus half ihnen heraus und gab ihnen etwas Brot und Wasser. Oh Mann, noch mehr Brot und Wasser, dachte Danae. Der Fischer fragte Danae, was passiert sei. Sie beschloss, die Details für sich zu behalten. Immerhin wusste sie nicht, wo sie war oder ob der hiesige König ein Freund ihres Dads war. Nach allem, was sie wusste, konnte sie genauso gut in Hackensack gelandet sein. Sie erzählte Dictus nur, dass ihr Vater sie rausgeworfen hatte, weil sie sich verliebt und ein Kind ohne seine Erlaubnis bekommen hatte. Wer ist denn der Vater des Jungen? fragte Dictus. Oh, äh, Zeus. Der Fischer bekam große Augen. Er glaubte ihr sofort. Trotz Danaes schmutzigem Äußeren konnte er sehen, dass sie schön genug war, um die Aufmerksamkeit eines Gottes zu erregen. Und durch die Art, wie sie redete und ihrer Körperhaltung vermutete er, dass sie eine Prinzessin war. Dictus wollte ihr und dem kleinen Baby helfen, aber er hatte widerstreitende Gefühle. Ich könnte dich zu meinem Bruder bringen, sagte er zögerlich. Sein Name ist Polydectus. Er ist der König dieser Insel. Würde er uns willkommen heißen? fragte Danae. Würde er uns Asyl gewähren? Da bin ich mir sicher. Dictus versuchte nicht nervös zu klingen, aber sein Bruder war ein notorischer Frauenheld. Er würde Danae wahrscheinlich ein bisschen zu willkommen heißen. Danae runzelte die Stirn. Wenn dein Bruder König ist, warum bist du denn nur ein Fischer? Nichts für ungut. Fischer sind super. Ich ziehe es vor, nicht zu viel Zeit im Palast zu verbringen, sagte Dictus. Familienzwist. Danae wusste alles über Familienzwiste. Sie fühlte sich unwohl dabei, König Polydectus um Hilfe zu bitten, aber sie sah keine andere Option. Außer sie wollte hier am Strand bleiben und sich aus ihrer Kiste eine Hütte bauen. Sollte ich mich vorher waschen? fragte sie Dictus. Nein, antwortete der Fischer. Bei meinem Bruder solltest du so unattraktiv wie möglich aussehen. Vielleicht solltest du dir sogar noch mehr Sand ins Gesicht schmieren und noch etwas Seetang in die Haare. Dictus führte Danae und das Baby in die Hauptstadt von Seriphos. Der Königspalast überragte alle anderen Gebäude. Eine massive Struktur aus weißen Marmorsäulen und Sandsteinmauern, mit Bannern, die von den Wehrtürmen wehten und einigen grob aussehenden Wachen am Tor. Danae begann sich zu fragen, ob in einer Kiste am Strand zu leben nicht vielleicht doch die bessere Idee wäre, aber sie folgte ihrem neuen Freund dem Fischer doch bis in den Thronsaal. König Polydectus saß auf einem massiven Bronzethron, der wahrscheinlich nicht besonders viel Unterstützung der unteren Rückenpartie besaß. Die Wand hinter ihm war geschmückt mit Kriegstrophäen, Waffen, Schilde, Banner und ein paar ausgestopfte Köpfe seiner Feinde. Ihr wisst schon, das Übliche, um einen Thronsaal heimeliger zu machen. »Nun, nun«, sagte Polydectus, »was bringst du mir hier, Bruder? Sieht aus, als hättest du doch mal was von Wert in deinen Netzen an Land gezogen.« »Ähm«, Dictus suchte nach Worten, die ausdrückten, »bitte sei nett zu ihr und bring mich nicht um.« »Du kannst wegtreten«, sagte der König. Die Wachen drängten den armen Fischer hinaus. Polydectus lehnte sich zu Danae vor. Sein Grinsen ließ ihn nicht freundlicher aussehen, denn er hatte fürchterlich schiefe Zähne. Er ließ sich von Danaes zerschundener Kleidung, dem Sand in ihrem Gesicht, dem Seetang und den kleinen Sardinen in ihren Haaren oder dem Lumpenbündel in ihren Armen nicht beirren. Warum hielt sie eigentlich dieses Bündel? War das ihre Handtasche? Polydectus konnte sehen, wie schön dieses Mädchen war. Diese Augen waren hinreißend, dieses Gesicht perfekt. Nach einem Bad und mit richtiger Kleidung könnte sie als Prinzessin durchgehen. »Fürchte dich nicht, meine Liebe«, sagte er. »Wie kann ich dir helfen?« Danae beschloss, das Opfer zu geben, denn sie dachte, dass der König darauf anspringen würde. Sie fiel auf ihre Knie und begann zu weinen. »Mein Herr, ich bin Danae, Prinzessin von Argos. Mein Vater, König Akresius, hat mich verbannt. Ich bitte um Schutz.« Polydectus war nicht sonderlich ergriffen. Aber die Rädchen in seinem Kopf begannen sich zu drehen. »Argos, schöne Stadt.« Er hatte von Akresius gehört, dem alten König ohne Söhne. »Oh, das war zu gut, um wahr zu sein.« Wenn Polydectus Danae heiratete, würde er der Herrscher beider Städte. Er hätte endlich zwei Thronsäle mit genug Wandfläche, um all die ausgestopften Köpfe in seinem Bestand ausstellen zu können. Dann »Verdig«